70 Prozent, das muss reichen. Holtar ist Heilung. Können wir uns eigentlich mal reinpfeifen. 100 Prozent. Noch mal was. Noch mal was. Und wir haben übrigens einen Punkt. Schulungstisch, wie das. Sehr geil. Sehr schön. Okay, dann können wir das gleich mal nutzen. Zwei Punkte. Die setzen wir jetzt hier tatsächlich in Gesundheit rein, dass wir kontinuierlich Lebensregeneration haben. Ich meine, es kann nicht schaden, ne? Es kann definitiv nicht schaden, wenn wir kontinuierlich Munition wäre vielleicht nicht so schlecht mitzunehmen. Okay, wir sind voll, was die Munition angeht. Das gefällt mir nicht. Hier könnte alles lauern. Oh, oh. Nicht schon wieder. Nicht gut. Ungünstiger Zeitpunkt. Ganz ungünstiger Zeitpunkt. Corona. Ähm, okay. Nein, 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 nein. Das kann doch nicht sein, oder? Alex Murphy. Wir müssen dich fixieren. Wir müssen dich erraten. Nee. Keine gute Idee. Mission kommt erst. Jetzt reicht's mir aber hier langsam mit euch. Sehr, 69%. Wir füllen uns wieder auf. Das ist echt gut. 75%. 75%. Dampf, nebel, gas. Ich seh nichts. Wir müssen dich erraten. Nicht gut. Oh, shit. Das ist irgendwie so. Es ist mir sicherer. Es ist mir sicherer. Es ist mir sicherer, wie du bist. Aber das ist mir sicherer. Es hat sich sicher, dass du niemals auf mich konntest. Es ist aktiviert mit diesem. Oh, aber ich bin sicher, dass du das schon mitgebracht hast. Der alte Mann wollte ich es sparingly benutzen, so eine lange Exposur würde... ...melt dein Gehirn. Oh, das ist ein Bild. Aber, seit der alte Mann ist weg, kann ich alles tun, was ich möchte. Wir haben alles, Herr. Super. Anfängerung. Aber ich werde dich mit etwas, was ich zu erinnern. Good night, Murphy. Oh, es ist... ...zureich. ...zureich. Jetzt ist es Zeit, was ich zu erinnern. Die Stadt Detroit. Good night. You're leaving us again? Don't go. Please. Nicht gut. He's waking up. Oh, nein. What do we do? Murphy, stay far. He's in so much pain. The chip. Remove it. The evaluation chip? How do we do that? I think I can help. There's a button here that will shut him down. Why is this place so deserted? What's with all the noise? It's Murphy. OCP sabotaged him. That's why Wendell was able to get the upper hand. Why? Robocop's their program. They wanted Robocop's data to use in the afterlife project. And no wonder. Robocop is the only successful cyborg that OCP has managed to produce. After they got what they needed, they just wanted him out of the way. Without getting their hands dirty. Those scumbags. What now? We need to get that chip out. It should be under the helmet. I saw someone take it off once. I think I can do it. What about the chip? It's here, but I don't think I can. Let me. I'm not squeamish. I've done far worse things for far less. There you go, you little bastard. Is this it? Should I turn him back on? Do it. So, Murphy. How you doing? I am doing well, officer. So many familiar faces. Are we celebrating? Wendell certainly is. He stole a shit ton of heavy duty equipment from that military expo. What happens when he decides to use it? He already has. You've got some nerve coming in here. With no police on the streets, every gang in the city is on the rampage. Detroit's on fire. She's right. I've got a call that Windows goons hacked the election broadcast. To send a message. Citizens of Detroit, I'm sorry to inform you that help is not coming. You've been abandoned by the police, by your politicians, and by OCP. They all promised you a better life. And tried to give you hope. And where did that lead you? Into the cesspool. I feel your frustration. I empathize with it. But let's not stop there. Let us do the only thing we can. Let's burn this filthy city to the ground. And from the ashes, let's rebuild something new. Something... Better. Okay. This is bad. Can we do anything about it? I mean, we've all been fired. Never stopped us before. But where do we start? The new mayor is stranded downtown. That's as good a place as any. Alright, let's gear up. What do you say, Murphy? I thought you would never ask. Murphy, Lewis, Washington. Head downtown and help the mayor. I'll try to get as many officers to join you as I can. Aye aye, Captain. Everyone else? There are phones that need answering and no staff to do it. Sure. Why not? Wait, does anyone even know who won the election? Actually, no. But whoever did, they'll have a hell of a time cleaning up this man. Na dann. Irgendwas interessantes hier? Nein, sieht nicht danach aus. Okay, wir gehen raus. Und die Telefone klingeln alle. Oh, Halt! Ist hier noch irgendwas? Nö. Not done. Oh, man. Okay, los geht's. Auf geht's, Snodder. Ja, besser ist das. Das Wendel-Guy denkt, er kann uns aufhören. Wir zeigen ihm die Stadt. Ich weiß nicht, was du sprichst. Ich kam einfach zu sehen, die inauguration. Du möchtest wählen? Lass uns wählen! All in favor of Kicking this guy's ass! Aye! Aye! Nae? Hm. Ich dachte, du sagst alle die Fortsen waren. Fired! They were! Free, Scumbags! Ah, wie lässig! Come get some! We've gotta push through! Well Murphy, you're something else! Ja gut. Endlich mal wieder Action und vor allen Dingen Originalmusik. So muss das sein. So muss das sein. Ah, ich stehe die Musik lieber, ey. We've gotta push through! Da-deh-deh-deh! Das ist das OCP, nicht wahr? Das ist das OCP, nicht wahr? Wir können das nicht machen, Partner, können wir? Nein. Auf geht's. Oh, Robbys killen. Megastore. Na komm. Na, dann machen wir mal. Any advice on how to deal with them? You should publish your guidebook. Or attack solution of justice. Nur schnell geht das. Nur ein Problem. Murphy, I'll stay here with the mayor and watch out for the rookie while he tracks Wendell. You need to go out there and contain the situation. It's time to protect the innocent, Murphy. I was made to do that. Genau. Guter junger. Murphy! All hell broke loose. People are calling about crimes happening all over the city, but three stand out. Those should be your priority. Firstly, torchheads set fire to one of the apartment buildings. There are people still stuck inside. You need to get them out. Secondly, street vultures are loading up a van full of explosives at their newly annexed chop shop. Seems they want to make a statement. Stop them before they do. Thirdly, the mercenaries Wendell hired got a hold of an ED-209 from that military expo. They let it loose and it's wreaking havoc in front of the town hall. Hey Tin Man, I've been picking up the dispatch phone ever since you left. People need help all over town. It's too many to handle, so I'll be directing all the incoming calls straight to you. Good luck, Tin Man. Okay, then we'll try to see. Also, wir machen erstmal folgendes. Also, wir haben ED-209. Den würde ich ganz gerne zuerst wegmachen, wenn's geht. Der ist da unten. Können wir den erstmal wegkriegen? Den hat sich für die Fär... Der ist... Aber alles voll ist. Nein, alles voll. Alter, hier geht's ab, ey. Okay. Ich würde dann, dass wir erstmal ED-209 wegmachen. Okay, wo ist der Typ? Oh, ich hör ihn. Ja, wir machen das schon. Erstmal ED-209 wegkriegen. Ansonsten. Ich darf nicht schütt die Fär-209 wegkriegen. Ich werde jetzt 15 Sekunden überfahren. invers�. Stop. Okay. Ich werde nicht mehr wegkriegen. 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 Einfach nur draufballern. Jetzt kann ich hier noch. Meine Fresse, sage ich nur. Meine Fresse. Also jetzt zieht es an. Sekundär Schießerei in der Spielhalle. Okay, dann nehmen wir das mal mit. Auch nicht so weit weg. Da liegt was. Ach, da oben. Du nicht. Na, wo seid ihr denn? Haben wir hier. Sturmgewehr. Wir laufen komplett baller, baller durch die Gegend. 82 Meter. Brennendes Gebäude. Ganz kurz gucken. Ah, das ist Primärauftrag. Okay, okay, das ist Primärauftrag. Alles klar, machen wir es später. Erstmal kümmern wir uns um die Spielhalle. Tatsächlich, das gilt hier eher aus wie ein Schlachtfeld. Aus einem Schuss. Zusammen. Da kommt. Er macht uns um die Schuss. Wir haben nicht nicht so weit. Wir haben uns um die Schuss. Wir sind der Schuss. Wir sind der Schuss. Das war uns um den Schuss. Okay, erstmal jetzt die Spielhalle. Wie gesagt, es ist echt gut, dass man eine Autonachladefunktion hat. Können wir uns erstmal, wie gesagt, jetzt um die Spielhalle. Das reicht mir aber. Wo bist du? Oh, ein Millimeter Pistole. Okay. 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 So ganz toll ist der auch nicht. Na gut, wir haben zumindest das hier mal geklärt. Dann zurück auf die Straße. Wenigstens etwas. Okay, jetzt das brennende Haus. Bin wir doch auf die Straße. Okay, haben wir. Brennendes Gebäude. Perfekt, da wollte ich hin. Da wollten wir doch hin. Wenn das schon da rumliegt, können wir es auch nutzen. Feuerwehrmann Robocop. Halbmensch, halbmaschine. Halbmensch, voll Bulle, halbfeuerwehrmann. Ist deine Mutter drin? Ja. Kannst du das? Es gibt Polisarbeiter auf der Promenade. Geh da. Ich werde deine Mutter schützen. Oh Gott, ich kann nicht die Tür öffnen. Kann jemand mir helfen? Ich kann nicht die Dämpfe öffnen. Oh Gott, danke. Schau auf den Schmuck, Bürger. Wieder eingeschützt. Der ist aber oben. Kommen wir hier hoch? Können wir tatsächlich durchlaufen? Wo bist du? Wir müssen gehen! Oh Bella! Es ist keine Zeit, um zu spielen. Wo bist du? Die Tür ist auf Feuer! Geh zum Ausdruck. Deine Sicherheit ist eine Priorität. Aber ich kann nicht... Oh Gott! Ich kann nicht ohne meine kleine Kette gehen! Oh, bitte, hilf mir, sie zu finden! Okay, die Katze. Gut, dass uns die Hitze nicht so ausmacht. Du musst raus hier! Du musst raus, mein Junge! Was hast du denn hier? Aufträge? Warte mal! Du musst raus, mein Junge! Ja! Du musst raus! Warte mal weiter! Gail, wo sind Sie denn? Das ist ... Sie ... Sie sind denn Sie? Ich habe wartet. Ich habe wartet. Es ist so lange. Ich werde dich rauskommen. Du bist zurück. Du kamst zurück. Du kamst von mir, Mike. Ja, es geht. Wir müssen runter. 70 Prozent, okay. Naja. Jetzt geh auf die Promenade. Die Promenade, Herr. Natürlich. Kannst du, Mama gehen? Ja. Ja, ich kann. Du bist sehr stark, Daniel. Stark und brav, wie dein Vater. Okay, das haben wir gepusht. Psychologie ist vielleicht nicht so schlecht. Aber Kampf wäre auch geil, ne? Verbesserte Zeitlupe. Querschläger-Splitter, okay. Ah, komm. Wir setzen jetzt mal ein bisschen was in den Scan. What's up? Ich glaube, es hackt hier, mein Freund. Haben wir schon wieder Motorräder? Ja. Okay, machen wir. Ja. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Ich hoffe, nicht jeder Polizistin wird getötet. Ich brauche Hilfe. Ich werde mich unterhalten. Ich werde mich unterhalten, bei einigen Punkten in meinem Lauf. Ich werde mich unterhalten. Ich werde mich unterhalten, ob wir unsere Sicherheit in den Händen von einer Maschine bringen. Und OCP hält die Schäuble. Mein Name ist Dr. Olivia Blanche. Ich bin ein Psychologer Polizistin. Ich spezialise in dealing with police officers suffering from emotional trauma. Don't take him away! What's hiding in that metal head of yours? I think we can both agree that you are no ordinary police officer. Reinforcements have arrived. Those trigger-happy maniacs have a ton of hostages. Drop it, scum. Anyone expecting a silver free? Louis, you're here. We need to get these elevators back online. It's DoubleCop! It's that service box, isn't it? I am detecting a short circuit. Wakey, wakey! I'm looking at the map of this place and it's huge. OCP tracking device, torn out. I am going to follow the blood trail. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side. Your brain. We must smash that thing! I've heard people refer to you by different names. You okay there, Murphy? Fire at will! I'm curious to hear which one you prefer? My name is— My name is—